Heute lag was sehr interessantes in der Post. Eine Lieferung von PGY-Tech mit dabei unter anderem diese Landinggears, Steuerknüppelabdeckung und die Halterung für die Remote. Schauen wir uns zuerst die Landinggears an. Die Verpackung mal mit Gewalt geöffnet. Einen kurzen Blick in die Anleitung sollte man mal werfen. Ansonsten in der Verpackung natürlich die Füße selber. Die Vorderfüße sind einfache Schilder mit dem Aufdruck PGY-Tech. Nach unten hin haben alle vier Füße einen Gumminocken. Auch die hinteren Füße haben den Schriftzug PGY-Tech in einem der Streben. Ansonsten sind diese jedoch anders gearbeitet als die vorderen. Wie befestigt man diese Landeerweiterung nun? Die vorderen werden einfach über die ausklappbaren Antennen gestülpt. Ein kurzer Klick und schon sitzen sie bombenfest. Na zumindest so fest, dass sie beim Fliegen nicht abfallen werden. Bei den hinteren muss man aufpassen. Es gibt nämlich eine rechte und eine linke Version. Jeweils unterschiedlich in den Öffnungen und in den Haltestreben. Am einfachsten ist es, wenn man sie von hinten montiert. Dann sollte einen die Öffnung nämlich anschauen. Am Fuß ein bisschen eingesetzt und dann über die Strebe gedrückt. Hier nochmal kurz genauer dargestellt. Hinten drüber und Klicks über die Strebe. Zwar sieht die Mavic Air jetzt ein bisschen komisch aus. Jedoch ist der Abstand zum Boden nun deutlich mehr. Wer gerade kein Maßband hat und es sich vorstellen möchte, man kann locker die Gimbalhalterung drunter durchschieben. In Zentimetern ausgedrückt heißt das, im vorderen Bereich 4,5 cm Bodenfreiheit. Auch hier von der Seite nochmal dargestellt. 4,5 cm vorne und dem hinteren Teil 4 cm. Da kann ordentlich Gras gewachsen sein. Im Vergleich ohne die Füße bekommt man im hinteren Teil ja nichtmals den Zollstock oder das Gliedermaß zwischengehalten. Und vom Gewicht 18 Gramm. Das scheint so wenig zu sein, dass die Mavic es gar nicht merkt. Anders als bei den Guards, wo eingeblendet wird, dass ein Zusatzgewicht an Bord ist und deswegen die Akkuleistung eingeschränkt ist, kommt diese Meldung hier nicht hoch. Auch habe ich bei meinen Tests keine geänderten Flugeigenschaften feststellen können. Selbst hier kritisch über der Tischplatte bewegt die Mavic sich Ast rein. Also jeder, der mal in unwegsamem Gelände starten möchte und nicht für Dorf verkauft werden möchte, weil er ein buntes Landingpad irgendwo hinlegt, sollte sich diese günstigen kleinen Füßchen einfach zulegen. Mit 14 Euro fallen diese auch nicht wirklich ins Budget. Alle Links gibt es bei mir in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank.